Ich begrüße euch wieder herzlich zu Let's Play Crash Bandicoot 3 World. Letzten Mal haben wir Dinomite gemacht und dieses Mal geht es mit Deep Trouble weiter. Ich würde sagen, dass die perfekte Welt für mich keiner abkommt, denn ich kann nirgendwo runterfallen. Yes! Ah, herrlich. Ja und am Anfang schon Uber, also BÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ. Besser kann es nicht mehr kommen. Äh. Ich weiß nicht wie es am Schluss wieder so ein Dings ist. Äh, okay. Er hat sich erledigt. und ich habe keine abkunde für diesler wird mir die vollweiten im trauma darauf dass am schluss wieder grüner schalter ist und sonst mache ich das Leben hat noch einmal die Wettbewerber Kugel Fisch Marschlander es musste so gut abgeben Warnow mit das die 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 das fängt schon mal gut an habe ich gesagt dass das die perfekte Welt für mich ist ich habe gelogen du wirst ja auch wenn ich auf teuer vor ergeben das dies Boot wird schneller so ist kein Rückstoß haben oder sowas ähnliches naja physikalische Gesetze wurden hier wohl aus acht gelassen oh hier schön rum kein Problem was haben wir die Äpfel jetzt wegfliegen ist mir wurscht du fürs mich hier ein Checkpoint wunderschön ich gehe hier besser nicht rein du bist du ha nix 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 puh nix wie gehe ich dann müssen durch Augen zu und durch Ja, Augen zu und durch Perfekt Okay Ah, komm Ich sag jetzt nicht, dass diese Fische für mich kein Problem sind sonst sterbe ich garantiert ein High ein High, ein Checkpoint und wieder so ein Wirbeldings Ich wette, man stirbt, wenn man es berührt aber ein Leben, sehr schön Oh, Nitro, nicht sehr schön Noch mehr Nitro Ich frage mich irgendwie, was soll an diesen Dingern tödlich sein Ich frage mich nicht die sind tödlich, Punkt Ah, was ist hier? Toll Da ploppt sich eine TNT-Kiste Da auch so was in der Art Ah, Brot Ah, Entdautank Zwei, naja Mit dem Seeboot also kein Problem Ah, komm Auch noch Ja, sehr schön Level zu Ende? Ne Ah, komm Los Aha Nein 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 Ich liebe Unterwassenwelt Ja, natürlich Okay Die Teile sind tödlich, Punkt Heute habe ich es irgendwie nicht so Was? Ah Ah Ich würde Ich wette, ich muss wieder zurück um alle Kisten Ne Komm Das kriegt ihr ein anderes Mal zu sehen Anderes Wenn wir es schön aufsprechen Ich frage mich Wieso Der eine Rubin da Also der eine Edelstein Da Wo ist das? Was ist das? Hightime? Ah Ich versuche es mal Was kann da schon schief gehen Hüßel Hüßel Ach Ihr lästigen kleinen Ratten wollt nicht nachgeben? Nö Sammelt nur weiter Kristalle und ihr werdet schon sehen Okay Ö Ö Pyromane Boing Wir haben ja einen Dommensprung und flingter Teppich Jetzt fällt nur noch Aladin aus der Wunderla Ö Aladin aus der Wunderla Äh Schalalalalala Ich dachte schon Fies wäre es wenn sie irgendwie in der Niedrokiste oder Nein Falsche Taste Nein Ja ich habe vor kurzem nochmal die Tastaturbelegung umgestellt um zu schauen ob es an der Taste oder an mir liegt Bis jetzt bin ich noch keiner Schlucht hinuntergefallen Okay beim See Level ist das also unter Wasser Level ist das auch sehr schwer aber ich kann alles wir sagen oh nein wir wollen dich weit abstürzen sehen Pech gehabt ich kann nur durch einen Teppich Teppich durchjumpen und nochmal ja dies Level wird wieder ein Zweiteiger so von der Zeit her Nein ich habe dich erwischt ich habe dich WUAH Dies Level wird auf jeden Fall ein Zweiteiler zu aller Fortsetzung was wird demnächst geschehen vielleicht treffe ich noch einen Teppich her haha aha und toll so ja ha ha ich bin besser und Checkpoint yeah ja einfach hier noch eins einfach da noch eins und wieder ein Leben und weg und weg und weg so es ging schon mal gut aber das war auch noch zu stören hier noch auf dem Teppich rauf und hier ins Bonus Level ich höre ja schon auf wie habe ich das zustande gebracht und hier mache ich jetzt einen kleinen Schnitt und hier mache ich jetzt einen kleinen Schnitt und werde ich das Bonus-Level heute noch schaffen. Ihr werdet es sehen.